Uns steht ein windiges und kühleres April-Finale bevor. Ein April-Finale, das einen April-Feuer hatte, der extrem warm war. Der alte Rekord aus der Neuzeit lag im Jahre 2009 mit 11,8 Grad. Und im Jahre 1800 waren es 12,0 Grad. Und jetzt werden wir bei über 12 Grad liegen. Wahrscheinlich hat es so etwas seit knapp 500 Jahren nicht mehr gegeben. Jetzt wird es windig und kühler dank Tiefquitter. Es räumt die extrem warme Luft von Südwesten her mehr und mehr weg. Und die warme Luft liegt jetzt über dem östlichen Mitteleuropa und Osteuropa. Und wir bekommen es mit der kühleren Luft über Westeuropa zu tun. Allerdings nur im Nordwesten mit Regen. Sonst bleiben nur noch ein paar Fetzen dieses Regengebiets übrig. Es zieht hier nach Nordosten ab. Und hier im Nordwesten verschwinden auch die Schauer und Gewitter aus der Nacht. Der große Rest bleibt dann meist wieder trocken. Das heißt, wir haben in der Mitte viel Sonnenschein. In Alpennähe schrammen uns auch ein paar dichtere Wolken mit ein bisschen Regen. Der wird aber nur den Blütenstaub etwas verteilen und auf den Autos festkleben, aber nicht wirklich runterwaschen. Und Schauer und Gewitter sind noch im Norden unterwegs, die sich dann am Nachmittag immer weiter aus die Nordsee rausziehen. Es kann dann später nochmal der ein oder andere Schauer oder ein kurzes Gewitter nachfolgen. Meist bleibt es aber trocken. Und auch im Süden fallen nur noch wenige Tropfen. Der große Rest dazwischen hat viel, viel Sonnenschein und lockere Wolken. Die Temperaturen staffeln sich auf 15 Grad im äußersten Westen und 25 Grad im äußersten Osten. Da kommt, Sie sehen es hier an der Farbflächenverteilung, die kühlere Luft immer weiter nach Osten voran. Und die Wärme, die verschwindet dann Richtung Pol. Und das Ganze mit ziemlich viel und ruppigem Wind, der rappelt ordentlich mit der Stärke 4 bis 5 im Mittel. Und an der Ostsee, da haben wir anfangs noch Ostwind und in diesem Bereich sind die Schauer und Gewitter durch diese sogenannte Konvergenz unterwegs und die werden dann auch verschwinden. Apropos Pollen, haben wir eben darüber gesprochen, der Regen wäscht die Pollen nicht wirklich aus der Luft. Die Gräserpollen kommen jetzt, Birken sind sowieso unterwegs, dazu auch noch Eschenpollen.